Na gut. Dann haben wir hier wieder einen Boss. Ich könnte es kotzen kriegen, Mann. Sonst trifft er mich nie. Ja, und da komme ich auch so gut dran. Ich glaube, das ist jetzt eh wieder weg. Ja. Warum? Hat er sich bewegt? Na gut, dann gehen wir halt nicht da hinten hin. Oh Mann, wie ich dieses Spiel langsam hasse. Oh Mann, wie ich dieses Spiel langsam habe. Oh Mann, wie ich dieses Spiel langsam habe. Oh Mann, wie ich dieses Spiel langsam habe. Geht mir das auf den Sack. 100% werde ich jetzt wieder getroffen. Oder auch nicht. Ich raff es einfach nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dieses Spiel nicht auf dem NES beenden werde. Ich werde es beenden, aber wahrscheinlich nicht auf dem NES. Sagen wir es mal so. Weh, der Pau-Block geht jetzt kaputt. Dankeschön. Ich fühle mich gerade genauso, so wie Peach guckt. Wow. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Die Treppe gehen wir extra langsam runter. Nicht, dass ich auf einmal wieder einfach so sterbe. So, aber jetzt gleich muss ich an den Pilz denken. Weil den möchte ich schon ganz gerne haben. Ja, nice. Sehr schön. So, die Bombe war glaube ich ganz hier hinten. Und die müssen wir dann hier drauf schmeißen. So. Wo war das denn? Toll. Da kriege ich halt nur einen Pilz. Das ist halt gar nichts. Ach genau, der Boss. Mal wieder. Komm, mach was. Bitte. Ist er jetzt böse oder was? Nummer zwei. Gibt's sieben Welten oder gibt's neun Welten? Ich hab das gerade irgendwie schon wieder total verpeilt. Ich geh gerade momentan die ganze Zeit davon aus, dass es neun Welten gibt. Ach so, wir haben keine. Schade. Jetzt haben wir bestimmt... Haben wir jetzt wieder zwei? Ja, dann wird das immer zurückgesetzt. Das ist mega scheiße, ey. Ja, mach du mal. Wenigstens eine Münze. Bum. Egal. Ich hinterfrag hier nix mehr. So. Nun. Das war das. Okay. Okay. Na ja, gut. Zwei Münzen. So. Ach Gott. Ich war mir gerade die Nase am Kratzen und ich hab schon wieder verpeilt, dass da so ne komische Bombe drin ist. So. Äh. Ich bin hier lang gegangen, ne? Ist das vielleicht ne Abkürzung? Ich versuche jetzt einfach noch mal den Schlüssel zu holen. In Anführungszeichen einfach. Ich glaube, das hab ich noch gar nicht geschafft, ne? Ja, aber das letzte Mal sind wir da an der Tür gescheitert. Da krieg ich echt... Oh. Dankeschön. Da krieg ich echt mega Anfälle, wenn ich das hier seh. Maaan, ey. Was ist denn da so schwer dran? Kann man diese Dinger kaputt schmeißen? Ja, nice. Ähm. Und ja, man sieht, dass ich teilweise irgendwie hier in diesen Blocken drinne festhänge. Dass ich da reinspringe, obwohl man da eigentlich gar nicht rein kann. Ja, mir sollt's egal sein. Wenn mich das vom Tod bewahrt... Ach. Das ist so ätzend. So. 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 Hat er den umgedreht? Ist ja nice. Wow. Fuuuuh. Fuuuuck. Ach, hier war ich doch schon mal. Oh, nö. Oh, diese Rumrutscherei, ne. Das war ja in Mario Bros. 1 noch nicht mal so schlimm. Das passiert, wenn man irgendwelche Gülle-Spiele kopiert, ne. Nooooon. Das nervt so übelst. Da muss man erst mal fünf Stunden nach unten gedrückt halten, damit man höher springen kann. Warum bin ich darunter gefallen? Ja, das ist okay. Ah ja. Ich geh einfach mal hier hoch. Ach, jetzt ist das Ding weg. Mann! Dann geh mal da halt nicht hoch. Ach genau, den wollte ich ja mitnehmen. Ich weiß doch nicht, was hier der richtige Weg ist. Ob wir da einfach durch die normale Tür müssen? Nein, Mann! Diese dumme Scheißsteuerung! Ach, lass mich doch in Ruhe. Ja. Ich habe es nicht. Ist das, dass ich da schon wieder hängen geblieben bin, ne? Oh, Gott.